Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog nach diesem wunderbaren Wetter. Wir fahren in die Schweiz zum Geburtstag und ich dachte ich nehme euch mit, also nicht zum Geburtstag selber, aber wie ich mich fertig mache. Wir werden auch nachher noch einen Stopp einlegen und gucken was ich zum Geburtstag anziehen kann, weil ich habe irgendwie nichts im Schrank, was so ein bisschen erwachsen ist. Entweder ist es zu klein oder zu viel oder zu albern oder einfach zu alt oder keine Ahnung, ich fühle mich einfach in allen Sachen nicht so ganz wohl oder es ist nicht wintertauglich und ich hätte gerne irgendwie was so Cocktailmäßiges, also knielang, ein schwarz oder dunkelblau wäre schön mit einem gewissen etwas, ein kleines Säckchen, coole Pumps, also schöne coole Pumps und ja mal gucken was wir finden. Ich weiß noch nicht wo wir anhalten, entweder Picken, Glockenburg oder irgendwo in Stuttgart, ich weiß es nicht und ich dachte ich nehme ruhig bei der Suche mit. Ja, so ich muss mich jetzt beeilen, deswegen ist das Intro ultra kurz, mal im Leben und ja mal gucken was wir, ja und dann nehme ich euch am nächsten Tag mit beim Fertigmachen quasi, wie das Outfit dann am Ende aussehen wird. Und ich habe eine neue Palette, die zeige ich euch dann irgendwann im Laufe des Vlogs, denke ich mal. Okay, jetzt muss ich mich aber wirklich beeilen, wir fahren jetzt los. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Hier hat man so einen kleinen Tisch. Ja, die Tasche hat sich schon auf jeden Mal. Ich habe schon ausgezahlt. Ich habe hier eine Spüle. Ja, und das Bad. Mein Mann packt hier. Ich habe immer sofort aus. Das habe ich auch gestern. verwendet. Ich habe auch schon mal verwendet. Ich habe schon mal verwendet. pro Person, ich habe, ich habe schon mal verwendet. Ich habe, ich habe mir das nicht. Ich habe schon mal verwendet. Vielen Dank. 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 Bye. 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 vlog hier weiter und dann wenn ich dann wieder frei habe dass ich dann wieder produktionstag einlegen und ja meine liste abarbeite und so weiter und so fort und ich hoffe ich habe das so gebraucht leute ich hab das immer noch eine weile also ich fühle es noch dass ich das bleibt also ich bin jetzt bei dem gilmau girls weil der das neue jahr oder ein neues jahr oder so das gucke ich gerade und wenn das zu ende ist und das alles fertig ist dann versuche ich dann in die welt hinaus zu machen und dann versuche ich euch auch ein bisschen näheres zu erkennen aber das ist sowieso das grobe was gerade in meinem leben passiert und ja gut das war so viel zum update und das war es schon ja also ich hoffe euch hat dieser vlog gefallen und dieser update halt ich würde mich auf jeden fall freuen wir einen daumen nach oben gibt und nicht dieses video gefallen hat und natürlich gerne weitere abonnenten da freue ich mich auch drüber dass es jetzt trotz das offline weitere abonnenten dazu gekommen sind da freue ich mich drauf wirklich herzlich herzlich willkommen auf meinem kanal und ja ich hoffe wir wachsen stetig weiter und hoffe ich gewinne gute kohle follower dazu abonnenten dazu und ja ich freue mich schon auf weitere videos und also gut ich bedanke mich fürs zusehen ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen tag und wir sehen uns dann wieder im nächsten video dann